Herzlich willkommen zur zweiten Session hier im Digital Workplace Track. Wir haben Dominik Bersau von Vodafone da und er erzählt uns etwas zum Intranet bei Vodafone mit dem außergewöhnlichen Namen Elvis. Ich bin gespannt, ob wir erfahren werden in der Präsentation, wie es denn zu dem Namen kam. Wenn nicht, stellt gerne eure Fragen auch schon während der Präsentation. Wir haben im Anschluss nicht allzu viel Zeit, diese direkt zu klären, aber der Dominik steht dann auch noch zur Verfügung und kann dann im persönlichen Gespräch eure Fragen klären. Und damit gebe ich ab und viel Spaß. Ja, vielen Dank. Genau, ich bin Dominik von Vodafone. Ich bin ein einfacher Mitarbeiter, so zu sehen, also keine Führungskraft, bin aber mitverantwortlich für das System und habe es bei der Einführung oder seit der Einführung begleitet. Was es mit dem Namen Elvis auf sich hat, werdet ihr auf jeden Fall noch erfahren. Aber erstmal komme ich jetzt kurz zum Hintergrund. Und zwar sah es vor ungefähr zweieinhalb Jahren bei uns in etwa so aus. Es gab sehr viel Wissen oder gibt es ja wahrscheinlich in jedem Unternehmen. Aber wir haben uns bei uns im Fachbereich eben überlegt, das kann so nicht weitergehen. Wir haben das meiste Wissen irgendwo dokumentiert, aber häufig auf dedizierten Sharepoints, wo dann nur das Projektteam darauf zugreifen kann oder eben auch an vielen anderen Stellen jeder persönlich für sich Notizen gemacht. Aber das Wissen war sehr getrennt und man musste sehr lange danach suchen, um den richtigen Kollegen oder den richtigen Ansprechpartner zu finden. So, das Ziel war eben genau eine strukturierte Wissensablage, Wissensdatenbank und die dann in etwa so aussieht, dass jeder weiß, wo er was wiederfinden kann. Und wenn man zwar nicht weiß, dann kann man eben wie hier auf dem Bild in der Mitte über die Computer quasi suchen, in welchem Regal und wo steht das denn? Und um jetzt nochmal kurz zur Agenda zu kommen, als erstes werde ich euch Elvis vorstellen, danach ein paar Einblicke in Elvis geben, wie sieht die Plattform denn aus, was machen wir damit, welche Use Cases werden damit abgebildet, dann unsere Herausforderungen, was wir während der Projekteinführung, aber auch jetzt im Nachgang noch eine Herausforderung haben, außerdem die Lessons learned daraus, was wir mitnehmen können und euch auch mitgeben wollen und ein kurzer Abschluss dann noch, ein Fazit. Genau, das ist Elvis auf dem Bild zu sehen. Er ist geboren oder eingeführt im Mai 2018 in Düsseldorf bei uns in der Zentrale und der Name kommt eben genau daher, dass wir bei uns das Wissensmanagement neu organisieren wollten, neu strukturieren wollten und dafür eine Plattform gesucht haben und vor dem Launch haben wir die Mitarbeiter nach Namensvorschlägen gebeten und da kamen eben verschiedenste Vorschläge und wir haben uns dann im Team entschieden für Elvis, was dafür steht, das E vorne ist der Bereich bei uns EC, das L für Lernendes und Wiss dann eben für Wissensmanagement, also EC ist Lernendes Wissensmanagement und das steht eben dafür, dass es der Wissensträger bei uns im Vodafone Business Bereich ist, also wichtig, nicht ganz Wodafone arbeitet damit, bei uns gibt es verschiedene Instanzen von Jira und Confluence, wir sind nur eine davon mit dem Fokus auf unser Business. Das Ganze ist eben ein Linchpin-basiertes Confluence, das werdet ihr gleich dann wahrscheinlich auch wiedererkennen für alle, die es schon nutzen. Es ist ein selbstlernendes System, das heißt, wir haben kein Redaktionsteam in dem Sinne, was die Inhalte dort einstellt, sondern alle Nutzer sollen ihr Wissen dort ablegen und können eben auch von dem Wissen der anderen profitieren und das funktioniert eben nur, indem es jeder auch sich beteiligt. Genau, wir haben eine intelligente Suche, die gab es nicht von Beginn, wir haben aber schnell festgestellt, dass die Confluence-Standardsuche uns da immer wieder eine Hürde oder gerade bei den Mitarbeitern eine Hürde stellt, die wir umgehen wollen. Da komme ich dann gleich auch nochmal kurz zu und zum Abschluss dann noch, es sollte immer und überall verfügbar sein. Also dieses, okay, SharePoint geht nur aus dem Intranet oder nur, wenn ich im VPN eingewählt bin und nicht vom Handy und so verschiedenste Einschränkungen, das wollten wir eben umgehen oder aushebeln. Dann ein paar KPIs. Wir haben im Moment etwa 700 Nutzer. Im Schnitt circa 40.000 Views, mal mehr, mal weniger. Jetzt durch Corona hat sich das auch kaum verändert, also es wird eigentlich ähnlich gelebt wie vorher das System. Wir haben in etwa 370 Bereiche, in denen das Wissen zum Beispiel aus Projekten, die Use Cases kommen ja gleich noch, aber in die das Wissen kategorisiert ist, strukturiert ist. Wir haben da bei etwa 65.000 Seiten. Ich weiß, das sind sehr viele oder wir wissen es selber, wir überprüfen auch gerade oder sind jetzt schon länger dabei, mit der Archivierung zu beginnen, weil hier viele Seiten auch einfach zum Beispiel Protokolle, Meeting Minutes aus Projekten sind, die natürlich jede Woche oder auch mehrmals wöchentlich angelegt werden und in der Regel aber auch dann nach einem Jahr spätestens nicht mehr gebraucht werden, so dass wir da jetzt die Archivierung starten und dann werden die aktiven Seiten deutlich weniger. Außerdem haben wir eine sehr hohe Verfügbarkeit, da ein großes Dank und Lob an die Zusammenarbeit mit unserer Group IT, da die bei uns das Hosting übernimmt und es ist mittlerweile, das war nicht von Anfang an so, eben auch von allen Devices und ohne VPN-Verbindung verfügbar. Man kann sich dann über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung anmelden und so kann jeder auf das System dann zugreifen. Dann der erste Einblick, wie sieht die Startseite aus und was sind da so die Elemente? Wir haben als erstes mal das Navigationsmenü, ich glaube, das hat man hier fast überall gesehen, wer die Vorträge hier in dem Track verfolgt hat, also die Hauptkategorisierung mit entsprechenden Unterelementen, wo die Kernbereiche eben verlinkt sind. Dann haben wir aber auch, um es den Usern ansprechender zu machen, noch eine Visualisierung der Hauptkategorien mit den Teaser-Icons. Dann haben wir einen Newsfeed, der hauptsächlich genutzt wird für die Announcement bezüglich der Plattform, also alles, was rund um Elvis passiert, da wir ansonsten auch interne Kommunikation noch viel über Workplace oder Teams machen, sodass wir uns hier abgrenzen müssen und auch klar gesagt haben, nur oder das meiste bezieht sich hier auf die Plattform. Das gleiche gilt für den Blog. Da werden eben alle Micro-Blogs, die wir angelegt haben, aufgezeigt auf der Startseite, sodass jeder immer die aktuellen Informationen bekommt aus den Bereichen, die er sehen möchte. Auch hier wird es hauptsächlich für Ankündigungen oder Informationsweitergabe genutzt und weniger zum Austausch, da wir hier eben auch häufig dann über Teams oder den Workplace schon eine entsprechende Plattform haben oder vorher schon hatten. und das App-Center, damit man eben auch die wichtigsten Links zu den anderen Anwendungen im Unternehmen hat und man sieht es oben rechts oder ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber da ist nicht das Standard-Such-Icon, sondern wir haben das Ganze eben überschrieben mit der Vodafone Business Search. Hier ein Dank an die Intrafind, da haben wir den iFinder entwickelt und das hat eben den Hintergrund, dass wir zum einen die Confluent-Suche an sich schon vor zwei Jahren jetzt, glaube ich, ersetzt haben und zum anderen aber auch die Möglichkeit haben wollten, weitere Quellen anzubinden. Das heißt, wenn man hier was in der Suche eingibt, dann findet man nicht nur Elvis-Ergebnisse, also Confluence, sondern auch Ergebnisse aus dem Jira und auch aus anderen, aus unserer Marketing-Plattform zum Beispiel, die haben strukturiertes Wissen abgelegt, da greifen wir auch drauf zu und auf unsere Produktinformationen, sodass man hier eben suchen kann, wonach man möchte oder alles, was bei uns im Bereich benötigt wird und man findet eigentlich immer den relevanten Treffer, egal ob es in Confluence ist oder auch eine andere Wissensplattform. Genau, so welche Use Cases haben wir abgebildet? Das sind zum einen Projektwissen, also zum Beispiel ein Projektcharter mit den wichtigsten Informationen zum Projekt oder auch die Dokumentation oder Freigabe von unseren Sonderlösungen, also wir bei uns im Bereich bearbeiten wir viel, wir machen das Großkundenprojektgeschäft primär und haben da eben sehr viel Sonderanforderungen von Kunden, Sonderlösungen, die wir entwickeln müssen und genau diese Dokumentation war vorher immer auf den Sharepoints, sodass es nur das Projektteam sehen konnte und wir haben gesagt, wir wollen mehr Transparenz und die sollen auch wiederverwendet werden können, die Lösungen, sodass wir hier eben die auch primär mit in unsere Wissensdatenbank mit aufgenommen haben. Genau, dann haben wir Informationen zur Projektmanagement-Methode, also Vorlagen, Verlinkungen, Hinweise, worauf zu achten ist, dann Informationen zum Onboarding und zur Organisation, also für neue Mitarbeiter. Bei uns im Bereich haben wir hier sehr viele Informationen, wie ist die Organisation aufgebaut, wen finde ich wo, wen kann ich für was ansprechen und allgemeine Regelungen und sowas wird da eben gut und ansprechend dargestellt. Dann wird es auch genutzt, um Workshops oder entsprechende Tutorials oder How-Tos durchzuführen oder vorzustellen, zu dokumentieren, darin in Workshops auch gemeinsam an Seiten zu arbeiten, also wir haben diese Real-Time-Collaboration aktiviert, sodass man gemeinsam auf der gleichen Seite arbeiten kann. Und als letztes dann eben auch noch Prozessbeschreibungen, also die Prozesse an sich sind woanders skizziert, aber eine Beschreibung, wer muss denn im Prozess was und wann machen, da sind wir eben auch dabei, das ist ebenfalls hier dokumentiert, damit die Mitarbeiter sich im Prozess auch immer wiederfinden und genau wissen, was sie im Prozess wo und wann machen müssen. So, der moderne Look of Elvis, genau, das war einer der Gründe dafür, dass wir uns für Confluence entschieden haben mit dem Linchpin-Design und deswegen komme ich jetzt auf die meistgenutzten Features. Das ist zum einen der Teaser, man sieht ihn hier, dieser graue Balken, den nutzen wir sehr häufig und gerne, weil es einfach so ein Eye-Catcher ist, um die Überschrift oder ein bestimmtes Stichwort nochmal zu highlighten. Dann das Profil-Makro, sieht man hier rechts auch, haben wir häufig auf den Startseiten von den Bereichen, um den Verantwortlichen aufzuzeigen, direkt mit Kontaktdaten. Dann nutzen wir den Microblock meistens innerhalb eines Bereichs, um sich dort auszutauschen über die Themen, die in dem Bereich anfallen. Sieht man jetzt hier auf dem Screenshot des Links, die Leiste, also der linke Drittel, wo die Neuigkeiten gepostet werden, wo man die anderen informiert einfach drüber, was ist in dem Projekt passiert. Dann nutzen wir sehr viel die Vorlagen. Hier auch ein Riesendank an die Seibert für den Blueprint Creator. Das hat uns das Thema Vorlagen nochmal, oder die Akzeptanz dazu nochmal erhöht, indem man einfach so ein Eingabeformular anzeigen kann, die wichtigsten Informationen abfragen, der Nutzer drückt auf Speichern und die Seite ist direkt erstellt. Also das wird sehr gerne genutzt. Und dann generieren wir häufig daraus eben Tabellen mit Seiteneigenschaften, sodass wir uns dann Berichte entsprechend daraus erstellen können. Wie man hier jetzt sieht, zum Beispiel unsere How-Tos sind dann entsprechend mit einem Label immer versehen, sodass man sie hier in der Liste aufzeigen kann und dann mit einem Tabellenfilter versehen, sodass man hier dann einfach auch filtern kann nach einem bestimmten Thema oder nach anderen Informationen, genau. Und Draw.io wird nicht von allen gern genutzt, aber die, die es ein- oder zweimal genutzt haben, lieben es eigentlich. Deshalb hier mal ein Beispiel von einem Diagramm, was mit Draw.io erstellt ist. Und das ist eben auch, was ich persönlich oder euch, einige andere Kollegen nicht mehr missen wollen, da man hier sehr schön schnell einfach Diagramme erstellen kann und die halt auch super in die restlichen Informationen und Seiten integrieren kann. Das ist eben auch einer der Vorteile. Und zum Abschluss dann noch die Kalenderfunktion. Wir haben ja den Teamkalender und der wird auch gerne jetzt auf Projektebene genutzt, um eben die Projekttermine aufzuzeigen oder hier bei uns in dem Fall jetzt auch zum Beispiel für Abwesenheiten oder Homeoffice-Planung. Das hat sich im Moment dann erübrigt, aber grundsätzlich haben wir das lange Zeit auch genutzt, um zum Beispiel die Homeoffice-Tage zu planen und transparent zu machen. Genau. Dann kommen wir zu den Herausforderungen. Hier als allererstes die Anforderungen, also nicht nur IT, sondern generell, aber speziell die IT hatte hohe Anforderungen an das Hosting. Es muss sehr sicher sein. Wir hatten lange überlegt, ob man das extern hosten lässt oder welche Möglichkeiten es sonst noch gibt, sind dann am Ende aber dann doch zu einer anderen Lösung gekommen. Da komme ich gleich zu. Die zweite Anforderung ist eben die Verantwortlichkeiten intern klarzustellen, wer ist auf Systemebene für was verantwortlich, wo sind die User für verantwortlich und wo ist das Management oder welcher Bereich ist für was verantwortlich. Dann DevOps, wie entwickeln wir das System weiter, wer betreibt es, hängt so ein bisschen mit den Verantwortlichkeiten zusammen. Dann haben wir auch noch das Thema User Management gehabt und Approvals, Approvals, also Freigaben, Freigaben von jeglicher Seite braucht man eine Freigabe, um das Ganze auch offiziell einsetzen zu dürfen bei Vodafone. Das ist nicht so ganz einfach. Da gibt es verschiedenste Anforderungen, die man erfüllen muss und Freigaben, die man sich einholen muss, bevor man das System dann auch offiziell nutzen darf. Genau. Was haben wir jetzt gegen das Hosting-Problem gelöst? Wir haben die Security sehr früh eingebunden und sind dann am Ende eben zu dem Ergebnis gekommen, dass wir das Ganze intern hosten müssen, damit wir die Daten, die wir darauf ablegen wollen, auch darauf speichern dürfen und damit arbeiten dürfen. Deshalb haben wir dann die Group-IT involvieren müssen, die das System jetzt am Ende auch betreiben. Bezüglich der Verantwortlichkeiten haben wir eben dann relativ schnell ein Verantwortlichkeitsmodell nach der Raki-Matrix aufgestellt, um klarzustellen, okay, welcher Bereich oder welcher Beteiligte ist für was in Verantwortung, welche Rolle muss was übernehmen. Dann bezüglich DevOps, nachdem geklärt war, dass die Group-IT des Operations übernimmt von dem System, ging es noch um die Entwicklung und da haben wir uns für ein agiles Entwicklungsmodell entschieden, sodass wir jetzt regelmäßig in die, also immer noch wöchentlich uns zusammensetzen und gucken, was sind die Anforderungen, hat sich was geändert, müssen wir was Neues ausprobieren, haben wir neue Ideen, neue Wünsche von den Usern, und das wird eben jede Woche dann auch besprochen im kleinen Team, sodass wir da immer ein aktuelles System auch haben und den Anforderungen der Nutzer entsprechen. User-Management mussten wir oder haben wir uns am Ende für ein manuelles User-Management entschieden, da wir die Anbindung an unser LDAP nicht ohne weitere zusätzliche Herausforderungen lösen konnten und der Prozess dann sehr umständlich wäre, auch für die User haben wir gesagt, wir machen das erstmal manuell, das war eigentlich die Idee, das später umzuschalten, wir sind jetzt aber immer noch dabei, da sich das so auch gut eingelebt hat, wir so die beste Kontrolle über neue Nutzer in unserem System auch haben und nachdem einmalig alle angelegt waren, ist es ja auch eher selten, dass man größere Mengen an User nochmal anlegen muss, von daher ist der Aufwand hier auch in Ordnung und bei Approvals, Approvals, da hat nicht viel geholfen, außer sich eine Liste zu machen, welche Approvals alle benötigt werden und die dann eben nach und nach abzuhaken, sobald sie erteilt wurden und das Ganze eben zu dokumentieren, sodass man immer weiß, was fehlt noch, wo sind wir fertig und was ist freigegeben, genau. Dann die zweite Challenge, ich glaube, das hat man auch in vielen Vorträgen jetzt vorher schon gehört, die Mitarbeitersicht, jetzt wollt ihr hier schon wieder ein Tool bei Vodafone einführen, was sollen wir denn damit, was muss ich damit machen, was kann ich damit machen, wie ist das zu bedienen, also generell erstmal die Ablehnung oder Offenheit für neue Tools war nicht bei allen gegeben, sodass wir dafür eine Lösung suchen mussten, dann die Nutzung des Tools war nicht allen klar, wann oder wozu soll ich das jetzt nutzen, dann aber auch Verantwortlichkeiten, wer ist denn jetzt in der Applikation selbst für den Inhalt zum Beispiel verantwortlich, oder auch für die Weiterentwicklung zum Beispiel, dann Änderungswünsche, das kam dann eher nach der Einführung, aber dass die Mitarbeiter gesagt haben, ja, das ist ja auch schon ganz nett, aber ich habe dann auch Wünsche, das zu ändern, da eben den Prozess klarzustellen und zu Beginn eben die userunfreundliche Suche, ich habe es schon erwähnt, sobald man sich irgendwie vertippt oder einen Dreher drin hat oder was vergisst oder nicht genau das, den Begriff schreibt, wie er auf der Seite auftaucht, hat man eben nicht die Ergebnisse gefunden, die man gesucht hat. Und was hat geholfen? Also, ganz klar zu sagen, gegen die Ablehnung, Communication ist the key, also die Mitarbeiter möglichst früh einbinden, abzuholen, wofür ist die Plattform gedacht, warum gibt es jetzt wieder was Neues, eben den Vorteil, den Mehrwert herauszustellen, dass wir eben dann eine zentrale, transparente Wissensdatenbank haben und nicht mehr jedes Projekt nur sein dediziertes Wissen und man nicht mehr jeden Tag 15 andere Kollegen anrufen muss, um an bestimmte Informationen zu kommen, sondern es nach Wirklichkeit eben so sein sollte, ich gebe einen Begriff ein, ich suche nach irgendwas und finde auf jeden Fall die Antwort in der Wissensdatenbank. Genau. Dann zur Nutzung des Tools war es ganz essentiell, dass wir zu Beginn mit der Einführung entsprechende Trainings angeboten haben, wo wir alle auch, alle Mitarbeiter zwingend einmal geschult haben und außerdem dann auch von der Seibert die Videos zu Confluence, die anfängerfreundlichen Videos da, die bis zu einer Minute gehen ungefähr, auch sehr gut verteilt haben und im Nachgang haben wir dann regelmäßig oder bieten wir immer noch regelmäßig Lunch-and-Learn-Sessions an zu neuen Funktionen, wenn es Änderungen gibt oder auch allgemein, um nochmal auf die Features hinzuweisen und den Kollegen das eben näher zu bringen, was das System alles an Möglichkeiten hat, weil wir hier sehr viele Möglichkeiten haben, die nicht jeder direkt kennt und sieht. Genau. Bezüglich Verantwortlichkeiten war es wichtig, dass wir da entsprechende Management-Entscheidungen haben, also genau, jeder genau weiß, warum muss das jetzt die Rolle A und nicht die Rolle B machen, dass es da eine Entscheidung gibt, dass die Mitarbeiter entsprechend informiert sind und eben auch eine klare Verantwortlichkeit geregelt ist. Genau. Änderungsvorschläge oder Wünsche, die dann im Laufe der Zeit kamen oder immer noch kommen, habe ich schon erwähnt, wir haben dann ein entsprechendes Backlog aufgebaut, was wir nach dem oder im agilen Modus bearbeiten, sodass wir uns in einem Team einmal die Woche treffen und die Anforderungen besprechen, den Status besprechen und dann immer wieder schauen, gibt es neue Wünsche, neue Änderungen, neue Anforderungen und die dann auch mit aufnehmen und bewerten. Und genau, entsprechend der Suche, ihr habt es eben schon gesehen, den Suchschlitz, wir haben die Standardsuche ersetzt und überschrieben mit der iFinder-Suche, die bei uns Vodafone Business Search heißt und das hat auch sehr geholfen, dass die Nutzer hier weniger Hürden haben, die Informationen auch zu finden, nachdem sie suchen. Aber auch hier sind wir auch noch ständig in der Weiterentwicklung, zum Beispiel neue Quellen zu suchen oder anzubinden, wo uns Mitarbeiter sagen, es wäre auch noch hilfreich, das, sodass wir das eben dann mit aufnehmen können. Genau. Was wir jetzt daraus gelernt haben oder euch, was ich euch mitgeben möchte, ist in so einem großen Unternehmen wie Vodafone, wo man nicht nur in seinem Fachbereich ist mit schon über 200 Leuten, sondern darüber hinaus auch noch die Vodafone Deutschland mit einer IT und einer Security, dann kam bei uns irgendwann auch noch die Vodafone Group mit ins Spiel, die auch nochmal eine eigene IT und eine eigene Security und IT Security hat. Außerdem kam dann noch der Betriebsrat mit rein, wo wir dann schauen mussten, okay, wie können wir denn jetzt hier das Ganze unterdrücken oder möglichst, wir haben versucht, möglichst früh alle Kontakte, alle Schnittstellen mit einzubinden, die uns bekannt waren, es kamen dann eben nach und nach noch welche hinzu, aber da dann eben auch dauerhaft und transparent die Kommunikation aufrecht zu erhalten. Also, Communication ist die Key, sowohl eben zu den ganzen Schnittstellen, die ich jetzt genannt habe, aber natürlich auch zu den Mitarbeitern, die am Ende damit arbeiten sollen. Wir wollen ja auch, dass es entsprechend von denen angenommen wird, so früh wie möglich haben wir hier Mitarbeiter mit eingebunden, haben auch aus jeder Abteilung in unserem Bereich, haben wir eben schon gesehen, einen Power User benannt oder ausgewählt, der das System in seiner Abteilung auch nochmal promotet. vor allen Dingen auch zur Einführung eben, als da viele noch die Hürde hatten, das erste Mal das zu nutzen und da hat das eben sehr geholfen, dass wir uns auch da nochmal in einer kleinen Community mit allen Power Usern regelmäßig ausgetauscht haben, um die Änderungen, die wir eben in dem Entwicklungsteam besprechen, erstmal mit den Power Usern auch zu besprechen und von da auch nochmal Wünsche mitzunehmen und dann im zweiten Schritt eben die Power User auch als Kommunikationsmedium zu nutzen, um das in den entsprechenden Abteilungen und Teams nochmal weiter zu verteilen. Genau, dann hatte ich es eben schon erwähnt, die Trainings und Launch & Learns. Dass wir zu Beginn die Trainings gemacht haben, war sehr wichtig, um so die erste Hürde zu nehmen, aber da haben wir mehr oder weniger nur die Basics vorgestellt und wir haben das System aber direkt, ihr habt es schon gesehen, Draw.io und viele andere Makros und Features direkt mit eingebaut, sodass viele dann immer noch überfordert waren. Ja, was muss ich denn jetzt hier machen, wo darf ich denn jetzt eine Seite erstellen und löschen, wenn ich so eine Seite habe, wie kann ich die, irgendwann kamen dann auch die Fragen, wie kann ich die Seiten denn schöner gestalten. Hier müssen wir auch nochmal mit der Seibert wegen Aura sprechen, habe ich mir schon notiert, das sieht sehr gut aus, und kann mir vorstellen, dass das auch nochmal einige weitere Hürden nimmt, genau, dass dann eben so neue Funktionen oder nicht täglich genutzte Funktionen dann eben auch regelmäßig in Lunch & Learns vorgestellt werden, um da einfach den Mitarbeitern immer wieder auch zu zeigen, was das System denn alles kann und wofür man das vielleicht auch noch nutzen kann, wie man seine Seiten gestalten kann, wie ich mit Tabellen am besten arbeite oder eben auch, wie ich Diagramme erstelle und alles, was dazugehört und als letztes dann eben nicht das System einführen und dann so stehen lassen und sich denken, das läuft schon, sondern wir müssen ständig weiterentwickeln und da eben auch gucken, dass wir regelmäßige Updates machen, aber auch neue Features von außen mit einbringen, vielleicht auch die bestehenden mal hinterfragen, werden die denn überhaupt so benutzt, wie wir das gern hätten oder können wir das Ganze noch irgendwie umstellen. Genau. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Habe ich euch ein Zitat von unserer Bereichsleiterin mitgebracht, das ist die Kerstin Lars von Knetsch, die ist bei uns eben verantwortlich für den Bereich Customer Solutions und Projects, also quasi unser Großkundenprojektgeschäft, was ich eben zwischendurch schon erläutert habe und ihr Zitat oder ihre Aussage war eben, mit Elvis haben wir das Wissensmanagement in unserem Bereich neu erfunden und eine Plattform geschaffen, die viele Features bietet. Elvis ist für uns eine Plattform, die einem internen Wiki gleicht, sodass jeder die Möglichkeit hat, sich über eine Vielzahl von Themen im Bereich zu informieren. Also nicht, genau, es ist mittlerweile eben nicht nur beim Projektwissen, sondern es gibt noch viel interne Projekte und andere Informationen, die man hier mittlerweile wiederfindet und das auch, wenn man selbst nicht direkt an diesen arbeitet und da ist eben neben der dadurch geschaffenen Transparenz ist Elvis auch mit Blick auf den demografischen Wandel eine hilfreiche Plattform. Mit Elvis haben wir die Möglichkeit, Wissen nachhaltig festzuhalten, hier besonders wichtig, das nachhaltig, die Nachhaltigkeit, um so beispielsweise die Einarbeitung auch von neuen Kollegen und Kolleginnen zu unterstützen und effizienter zu gestalten. Also das nochmal, um das zu unterstreichen, wir haben das, der Weg war nicht einfach, gerade zu Beginn die Mitarbeiter zu überzeugen, aber der Nutzen wurde schnell gesehen, dass man hier sehr viel auch auf das Wissen von anderen zugreifen kann und nicht immer abwarten muss, bis man mal einen Termin hat oder die Kollegen anrufen und nerven muss, sondern dass man hier nach den Kernthemen eben direkt suchen kann und immer die Informationen findet und nur wenn man dann noch weitreichendere Informationen haben will, hat man natürlich trotzdem immer den Kontakt zu den entsprechenden Schnittstellen. Genau, das wäre es über Elvis. Ihr solltet jetzt wissen, ECs lernen das Wissensmanagement, das heißt, wir haben jetzt hier entsprechend genau, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die jetzt glaube ich hier stellen, ansonsten gerne auch im Nachgang, ich habe hier mein Profil auf LinkedIn einmal verlinkt oder ansonsten auch die E-Mail-Adresse, meinen Kontakt, meinen Namen werdet ihr dann wohl finden. Vielen Dank und jetzt kommen wir zu den Fragen. Danke Dominik für den Einblick in euer Intranet bei Vodafone. Wir haben direkt auch schon zwei Fragen, die wir jetzt im Anschluss beantworten können und zwar Pia fragt, ob Dokumentation erwartet wird oder ist das Nutzen von Dokumentation von Elvis freiwillig für die Projekte? Ja, sehr gute Frage. Das war bezüglich Verantwortlichkeit nur so ein Riesenthema, gerade auch, wenn das Wissen nicht von uns selber kommt, sondern wir natürlich auch mit anderen Fachbereichen zusammenarbeiten und da haben wir schnell festgestellt, dass wir leider auch bei einer oder anderen Stelle eine Verpflichtung mit einbauen müssen, also dass wir die Mitarbeiter am Anfang dazu verpflichtet haben, Wissen abzulegen oder das Wissen dort zu dokumentieren, damit wir das auch hinterher wiederverwerten können, aber mittlerweile, glaube ich, ist es an einigen Stellen auch selbstverständlich geworden und es wird auch mehr dokumentiert, als am Anfang verpflichtend wurde, also es hat sich dann nach und nach eingespielt, ja. Dann haben wir noch zwei Fragen von Peter, der fragt einmal nach der intelligenten Suche, du hattest in deinem Vortrag den iFinder erwähnt und im Anschluss dazu dann auch nochmal eine Frage zu der Zwei-Faktor- Authentifizierung, wie ihr die gelöst habt. Ja, gerne. Die intelligente Suche, genau, iFinder ist ein Produkt von der Intra-Find, das lässt sich eben oder primär gab es das damals, als wir es eingeführt haben, als Plug-In auch für Confluence, das heißt, man konnte es da eben gut integrieren, das ist aber an sich ein eigenständiger Server und ein eigenständiger Service auch, der auch auf einem dedizierten Server läuft, sodass man von dort aus eben auch die anderen Quellen ansprechen kann, zur Indizierung bitten kann und wir sind jetzt gerade dabei in der Weiterentwicklung, dass die Suche auch Confluence unabhängig genutzt werden kann, also bisher ist sie nur aus Confluence heraus nutzbar, weil da eben am Anfang der Fokus drauf lag, aber mit der Erweiterung der Quellen kam auch immer mehr der Wunsch, dass man die Suche auch aus Outlook heraus zum Beispiel, da sind wir jetzt bei einer Integration, also da gibt es noch viele Möglichkeiten, die wir jetzt in Zukunft dann auch nutzen wollen, von wo aus gesucht werden kann. Und das zweite war, sorry. Die Zwei-Faktor- Authentifizierung, wie ihr die gelöst habt. Da haben wir von unserer Group IT eine zentrale Lösung, das heißt, da gibt es einen Sammel, über den man sich dann einmalig, das ist die Symantec WIP App auf dem Handy, über die man sich dann eben authentifizieren muss, das Ganze muss eben mit dem Vodafone-Rechner einmal verbunden worden sein und dann kann man es aber von jedem Device aus mit seinem Standard-Windows-Account nutzen und sich dort anmelden. Also da haben wir die Verknüpfung zum Vodafone-Directory. Alles klar, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage. Ganz am Anfang von der Präsentation hast du erwähnt, dass es ein Ziel war, dass das System immer und von überall aus erreicht werden kann. Nutzt ihr dann auch die Mobile-App oder ist das tatsächlich erstmal beschränkt auf die Web-Version? Hatten wir am Anfang überlegt, haben wir aber bis jetzt nicht. Jetzt im Moment kommt das Mobile oder seit Corona, davor waren wir eigentlich nochmal in dem Entwicklungsteam dabei zu überlegen, wie können wir Mobile noch weiter ausrollen, auch vor allen Dingen auch Jira, jetzt mit der neuen Jira-Version, die dann kam, hat sich durch Corona ein bisschen erledigt, da die meisten jetzt ja eh zu Hause sind, ist aber noch nicht ganz vom Tisch, sodass wenn wir irgendwann mal wieder an den Standort und auch zu den Kundenterminen rausfahren, dass wir dann eben auch das Ganze wieder nochmal angehen wollen, dass man auch zusätzlich eine App hat, aber das war immer so eine Hürde, ich habe eh meinen, die meisten haben eh immer ihren Laptop mit, rufen dann die Webseite einfach auf, also das war der Fokus, dass man da auch aus dem Mobilfunknetz oder mal vom Tablet aus draufkommt, vom Mobile Device, also vom Handy selber wird es auch wenig genutzt, weil die meisten sagen, das ist dann eh zu klein, auch über die App haben wir es probiert, aber das war am Anfang auch nicht, hatte nicht den Mehrwert, den wir gerne hätten, genau. In der Session davor wurde gefragt, wie man mit Chaos umgeht, mit zu vielen Inhalten oder wenig Struktur, wie macht ihr das denn? Für zum Beispiel die Projekte, also es gibt einige Bereiche oder auch unsere How-Tos, also für vieles an Wissen, was immer wieder kommt, haben wir Standardstrukturen vorgegeben, wo wir gesagt haben, auch die Projekte haben einen gewissen Standard, natürlich auch einen Spielraum, wo sie sich selber gestalten können, aber es gibt Informationen oder bestimmte Bereiche, die immer nach dem gleichen Muster aufgebaut sind, sodass man da immer die Information auch wiederfindet und wiederverwenden kann und was bei uns eher das Problem ist, dass wir zu viel alten Inhalt noch haben, deswegen hatte ich das mit dem Archivierung, Content Archiving angesprochen, da ist für uns jetzt der Fokus gerade drauf, dass man alte Informationen auch in der Suche zumindest ausblenden kann. Da gibt die Suche die Funktion archivierte Seiten auszublenden, aber die Archivierung an sich nutzen wir noch zu wenig, da haben wir noch keine Verpflichtung zu, sodass wir da jetzt noch gucken müssen, wie wir den Inhalt auch aktuell halten und auch nur die interessanten Informationen dann eben angezeigt werden. Alles klar, vielen Dank für deinen Vortrag, ich würde sagen, wir hören an dieser Stelle auf, du hast angeboten, dass die Zuhörer gerne auf dich zukommen können, wenn noch weitere Fragen bestehen und dann würde ich sagen, alle, die weiterhin in dem Digital Workplace track bleiben möchten und zehn Minuten geht es hier weiter und nochmal vielen Dank an dich Dominik für die spannenden Einblicke und viel Spaß noch heute auf dem Tool. Danke, werde ich haben. Danke, ciao. Danke euch, tschüss. Tschüss. Musik 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 Musik